Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wo sind wir? Nicht in Lindisfarren, so viel steht fest. Van Hanna! Mein König, wir wurden von Wikingern angegriffen. Was haben wir denn hier? Sie wurde gefangen genommen. Wenn ihr meine Tochter unbeschadet zurückbringt, werde ich euch fürstlich belohnen. Lasst uns jagen! Ihr habt keine Vorstellung, wozu mein Vater fähig ist. Und schützen! Wer seid ihr? Nicht übel für einen friedliebenden Mönch. Sie kommen. So soll Feuer vom Himmel regnen. Los in den Turm! Komm schon. Dann müssen wir sie aufhalten. Ich werde sie aufhalten. Wir müssen weiter. Es muss einen anderen Weg geben. Dann bleiben wir genau hier und kämpfen. Erfehlt euch das! Ja! Na, Männer! Ich könnte! Ein Tod wäre sinnlos! Nein, ich sterbe im Kopf! Wikinger, seid keine Gnade. Kommt her! Himmel! Jesus! faut es Aiere. Gott, nee!